hey leute was geht ich bin eure jasmin ist ein start mit einem neuen video und heute spielen wir so ein game spielen das ist so ein hobby und ich mache mal normal weil ich habe das game schon mal gespielt und das habe ich schwer gemacht und also hat hat es echt schwer normalerweise bin ich nie so schnell aber heute mal ja und da oben da ist eine seilbahn ein 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 Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich musste kurz So, also ich werde jetzt, also ich versuche es jetzt noch weiterzumachen. Ist das ein Likker? So, jetzt auf jeden Fall machen wir mal kurz weiter. Ich bin nur kurz runtergefallen und musste kurz mit jemandem schnell reden. So, okay, mal kurz weitergehen. Weiter geht's. Okay, mal kurz weiter, zack, zack. Geschafft. Habe ich jetzt, dass es jetzt packt, weil wir packten Schuhen. Habe ich mir etwas gebrauchen? Oh Gott, Mann. Ich denke, die Fische machen nicht Farben. Aber auf jeden Fall haben Fische nicht so Farben. Auf jeden Fall. Das ist diesen Algen, oder? Ich denke... Äh, oh, was macht das? Digger, was ist das? Ich glaube, das ist doch gar nicht geworden. Digger, das ist ja so gemein. Und die Anfänger, dann explodieren die. Das ist ja voll gemein. Was ist das? Okay, jetzt mache ich es heute. Wow. Also, auf jeden Fall denke ich, dass am Ende so ein Kampf kommt. Aber auf jeden Fall habe ich das Spiel schon gespielt. Und da war ein Kampf, aber es hat sich jetzt bis jetzt noch gar nichts verändert. Gar nichts ist leicht geworden. Gar nichts ist schwer geworden. Also, ist das Hard- und Easy-Mode überhaupt gar nicht nötig. Ihr sollt einfach irgendwas nehmen, zum Beispiel den Easy-Mode. Aber das heißt aber immer noch, dass das auf dem Hard-Mode ist, sage ich euch. Und jetzt kommt das Allergeilste. Schaut mal kurz her. So, jetzt gehe ich da. Jetzt schaut und lernt zu. Bam, bam, bam. Und auf jeden Fall lohnt sich das Spiel. Und diese? Da geht es jetzt mal. Ich bin schnell wie's Tonic. Bam. Das macht irgendwie Spaß. Zombie, aber auf jeden Fall das mit den Kugeln, wo auf dem Hard-Mode war, das war übel schwer. Geil. Na, was ist das? Oh, guck mal, das ist awesome. Ja. Jetzt kommt der Kampf. Und so ein Ding. Und diese eine Granny. Granny. Jetzt kommt der Kampf. Ja. Das kommt der Kampf. Ich bin dran. Grinsch. Ich bin dran. ich hab ich muss noch mal kämpfen und ich muss nicht bekämpfen was da hinten ist aber ich ich denke aber auf jeden fall ist da hinten etwas eine kleine überraschung ich habe euch hat das video gefallen und ja ich mache jetzt noch kurz etwas bis zum ende und ich hoffe euch hat dieses video gefallen wenn euch das video gefallen hat gibt bitte einen daumen nach oben und tschaui 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 tschaui